Für uns Läufer ist es natürlich wichtig, genügend Flüssigkeit zu uns zu nehmen. Ich empfehle zwei bis drei Liter Wasser pro Tag. Wer mehr als 45 Minuten am Stück läuft, sollte darüber nachdenken, eine Trinkflasche bei sich zu führen. Bei weniger als 45 Minuten würde ich sagen, nur wenn es wirklich richtig, richtig heiß ist. Ansonsten gilt für uns Läufer das, was für jeden gilt, der gesund leben möchte. Viel frisches Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Fisch und vielleicht auch Nüsse. Ein ganz persönlicher Tipp von meiner Seite aus, versucht vor dem Laufen euren Magen nicht zu voll zu hauen, sondern nimmt vielleicht einen kohlenhydratreichen Snack zu euch. Der hilft euch und gibt euch Power für euren Lauf. Habt ihr vielleicht noch Tipps in Sachen Ernährung für die anderen Läuferinnen und Läufer? Dann postet sie doch einfach hier in den Kommentaren. Ich bin gespannt auf eure Posts. Übrigens, weitere Joggingvideos gibt es hier und hier. Die Karte-Managerkarteckäre. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute. i Bahni Karte. orbits Pause. Joggingvideos gibt es hier und occasions nicht zu wollen. S違う遽 konse am 14 wraps zur Kontinent und zum guten della Titan ладно. Wir ebenfalls richtig im Hier sind." Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.